herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch robo block von blockmonster alle weiteren informationen zu diesem album und der tracklist sowie natürlich auch die links zum album findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung robo block von blockmonster das ganze im august 2012 erschienen wir haben hier mal wieder ein album aus dem bereich deutschrap jawohl das ganze über hier in tot records erschienen nicht robo cop sondern robo block wir haben hier robo block also blockmonster abgebildet in einem auto ich vermute er will gerade aussteigen dann haben wir noch weitere feature gäste angeführt seitlich beschriftet und auf der rückseite die tracklist 15 tracks an der zahl features mit dabei von btide sila cedo hayat ice tea die atzen und hirntod posse also tatsächlich hier ein feature von us-legende ice tea infos und barcode und dann schauen wir mal rein glaube ich so das große vorbild oder grund warum blockmonster überhaupt zum rap gekommen ist also ice tea glaube ich sein nummer eins vorbild und lieblingsrapper so dann haben wir einmal hier das cover dann geht es hier los blockmonster in robo block hier take over the streets in rapid fire fotos dann die credits zum album weitere bilder und zum schluss noch hier aus dem wagen und ein disclaimer so wir kommen zur cd hier sehen wir in der aufnahme die hand an der waffe beziehungsweise am abzug sieht so aus an der maschinenpistole und dahinter nochmal das logo von hirntod records jawohl das war's soweit mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr blockmonster und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt euch auf ciao